hallo hier ist der martin von meine manke ist das die dachsanalyse für nun donnerstag den 30.06.2022 und unser dax hat zum monatsschluss jetzt noch die aufgabe ein bisschen was zu fangen oder wahrscheinlich auch eher nicht das sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus wir hatten uns den gestern angeguckt und hatten gesagt gegebenfalls mit abc und so weiter möglichkeit aber dann soll er auch über was haben wir gesagt 101 30 13 111 30 schön nach oben drücken das kam nicht ja der ist reingekommen nicht viel nach oben gemacht sich direkt nach unten gestreckt unten weiter rum gebummelt er hat zwar immer mal an tiefs ganz gut nach oben rausgetrieben aber das ist unterm strich das ist einfach nichts jetzt halt 13.000 jetzt wieder da ist der anstieg schon fast wieder komplett verpufft in der hier und letzten woche freitag reingezogen hat ich meine letzte woche freitag hat er gut nach oben gezogen hat er wirklich und es sieht ja auch so ein bisschen es riecht ein bisschen nach einer inversen sks wenn ich jetzt hier eine schulter ziehe da hier quasi die nackenlinie drüber lege und hier den kopf aber es ist halt so eine sgs zieht man in dem stadium noch nicht wenn nur der zweite nacken entschuldigung die zweite schulter steht einfach aus dem grund weil in dem moment ist noch ein abwärtstrend ist mit fallenden tiefs fallend tiefs und fallenden hochs und hier jetzt am wahrscheinlichsten dann in dem sinne sogar einfach noch ein fallendes weiteres tieferes tief wäre ja ein drittes tief noch einfach jetzt dann hinter und dann ist die sks schon ungültig oder die inverse sks hier ungültig deswegen nimmt man eine inverse sks immer erst wenn die nackenlinie gebrochen wird erst dann spätet man sie und dann hat sie etwa das potenzial von nackenlinie zu kopf noch mal in die andere richtung weg vorher von der schulter weg machen wir ganz viele treten auch von einer schulter weg an eine in eine sks rein ist natürlich gefährlich weil in dem moment man ja gegen den trend handelt und der trend hat hier in dem moment abwärts gerichtet ist das heißt an der stelle muss man schon sagen unterhalb von 13.100 also wir haben jetzt immer die tage gesagt 13.200 so ein bisschen da drüber da drunter für long oder short jetzt könnte man sogar schon runterrutschen und könnte schon sagen so 100 1 20 1 30 in dem bereich so ist schon fast richtig mal gesagt kommt der da wieder drüber auch zum freitag das ist gut dann kriegt er auch montag noch mal platz und kann sich wieder zurückschieben aber wenn nicht und der hängt ja hier nun wirklich schon echt in seilen dann kommt es ein neues tief und das geht richtung 800 richtung 665 richtung 500 dann vielleicht sogar 340 aber es wäre unüblich also da der sich schon doll aufstaucht hier würde ich eher damit rechnen wenn ein neues tief kommt dass man hier eine trendlinie ziehen kann und der dann aber bloß aufsetzt so keine ahnung 665 vielleicht gerade noch so vielleicht eher sogar so eine 27 57 irgendwie sowas und dann von dort erst mal wieder zurück in die range der letzten tage zurück ja das würde aus der situation heraus ganz gut passen aber es auf jeden fall ein abdrehen nach unten eindrehen und der liefert einfach oben nicht mehr also gucken auch mal hier ein trigger war ja da hat er nicht hingekriegt hat am montag nicht hingekriegt hat er dienstags nicht richtig ausgefahren gekriegt zumindest an der 360 da zerstellt hat jetzt die runde gezogen wir hatten gestern gesagt okay gut könnten abc sein könnte hoch aber hat halt direkt die die wirklich direkt nach unten verbockt so jetzt steht er hier schön auf der 69 kommt aber da halt auch nicht richtig von weg das sahen ansatz ganz gut aus auch diese beiden kerzen so in kombination von dem von der unterstützungslinie die ja hier wirklich schon ein zwei drei vier mal gekauft wurde das hat gut gepasst das hat einfach mehr kommen müssen er hätte einfach über die 100 wieder drüben muss über die 120 wieder drüben muss und dann werden auch käufer hinterher gekommen aber nicht mehr das hat er geschafft halt also das sieht jetzt eher nicht so gut aus ja das heißt wenn der neue tiefs macht und hier unter der 69 jetzt auch noch abrutscht und der 59 sollte man schon neues tief einplanen das geht dann richtung 12800 richtung 12.027 nehmt euch die mal ein bisschen mit in den hinterkopf ja also dass man quasi hier so sagt trendlinie ziehen wartet mal das macht der dax nämlich ganz gerne aber das ich will keine trendlinie weil es geht dann ganz um die trendlinie was der dax häufig macht ist wenn ich jetzt hier eine horizontale müsste ich eher so erklären ich jetzt so eine horizontale linie erziehe hier auf dem tief guckt mal und er sticht dann da einmal drunter dann schafft er bloß eine richtige kerze zu stehen und drückt sich dann wieder hoch und das das würde ich dann hier an sich auch erwarten das heißt wenn man jetzt hier eine horizontale linie stellt dann würde hier einmal eine rote kerze durch schließen und dann auf der nächsten wahrscheinlich schon wieder zurückkommen und das kann schon so 757 27 sein also den bereich würde ich mir auf jeden fall mal so ein bisschen im hinterkopf behalten ein bisschen genau hingucken heißt natürlich nicht dass man dann blind long gehen sollte weil das wäre ganz klar gegen den trend gehandelt aber wenn ihr dort eine fette umkehr setzt eigentlich wenn ihr dort so was seht wie hier ja das ist wirklich oder oder auch so was sieht wie hier ja dass er sich aus einem hammer dann nach oben aktiviert oder engulfing oder irgendwas schönes macht halt dann könnte man das lang antreten ansonsten ist wahrscheinlich eher short und da von 12.950 12.960 das ist dann einfach so so wie wir das gestern gesagt haben gestern haben wir auch gesagt okay der muss darüber vielleicht unten noch so eine 1360 haben wir gesagt das ist auch noch eine gute unterstützung aber alles was tiefer geht das geht dann in richtung 13.000 das geht richtung 850 800 und das hat er getan das ist halt echt schwach schon ja muss man so sagen solange da keine stärke kommt brauche man den auch nicht vorher feiern stärke fände ich jetzt erstmals wieder über 13 1 40 attraktiv das heißt war das hier bloß ein finter damit der freitag wieder richtig durchschlageln kann so wie das letzte woche gemacht hat dann möchte ich ihn bitte gleich am morgen früh punkt keine ahnung 10 uhr möchte ich ihn bitte an der 30 100 einfinden sehen und dann schafft er es sich auch über den tagesverlauf wieder nach oben zu schieben aber an der monatskette kriegt er nicht mehr geändert also da müsste bis 13.800 hochsteigen dass er dann auch irgendwie was hübschen kriegt die sieht auch katastrophe aus war ein schlechter juni war wirklich schlechter juni für den dax und punkt punkt so sieht es aus ja heißt in ganz kurzform oberhalb von 13.100 kriegt er aufwärtspotenziale unterhalb von 12.960 abwärtsrisiko ziel 850 ziel 800 und behalten wir so ein bisschen die 27 57 im blick wäre einfach typisch für den dax wenn er dort hochdreht und könnte man vielleicht ein tricker ein bisschen wie machen wir das jetzt so der ist natürlich doch scheiße platziert ja jetzt sind wir ein bisschen tiefer punkt haben wir alles gesagt ich wünsche euch was gutes gelingen schönes warte mal ne eine analyse haben wir noch es ist nur im monatsschluss und nicht wochenschluss und von daher hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss ihn ähn 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 b